So, und da sind wir auch schon wieder. Ganz kurze Bio-Pause, wie ich es gerne nenne. Und wir starten direkt durch zu unserem Irish Pub, dem broken Shililak. Was ist ein Shilak? Weiß das jemand? Müsste ich schon mal googeln. Und dann würde mich interessieren, warum er zerbrochen ist. Ha 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 ha. Ich brauche mir nicht so ein Soundboard. Gut, so, wir hüpfen mal über die Dächer von Steelport. Mann, Mann, Mann. Und dann nur, um zu lernen, wie ich diese dusselige neue Fähigkeit verwende. Egal. Wenn die mir das beibringen wollen, dann sollen sie es machen. So, wir hauen mal hier zwischen den Häusern durch. Ja, bei nächster Gelegenheit links abbiegen. Sie haben ihr Ziel erreicht. Auf den Tisch. So haben wir das ja gerne. Dann mal schauen. So. Hier geht's. Schau auf und fokuss auf dich auf der Luft halten. Das sollte dir, dass du genau in die Umgebung herunterladen möchtest. Hm, das ist ein leichter Weg, um zu landen. Ah, okay. Je weiter oben, umso mehr Schaden. Gut, das kriegen wir hin. Auf den Kopf. So, ach, dann kriegen wir aber gleich bestimmt wieder so einen merkwürdigen Wächter, ne? Das haben wir etwas verpeilt. Na gut. Okay, die Schwierigkeit ist, man kann irgendwie nicht direkt unter sich zielen. So, wenn man das dann vom Hochhaus und dann, ja, das könnte schon ordentlich wumsen. Na gut. Okay, der Fakt, je höher, desto, desto oa. Ja. Wenn wir da einigermaßen treffen, müssten wir die eigentlich alle auf einmal wegkriegen. Ja, sieht gut aus. Du hattest es, nicht wahr, nicht wahr? Mhm, nur mal. Na, kriegen wir diesmal wieder so einen merkwürdigen... Ne, kein Wächter, okay. Krafttraining geschafft. Ja, Mensch, das haben wir doch mal grandios geregelt. Bla, bla, bla. Toll, da rennst du drei Kilometer, nur damit die sagt, spring nach oben. Je weiter oben du springst, umso mehr aua. So, einmal in die Kneipe. Vielleicht hat es nicht alles funktioniert, wie ich es plante. Du weißt, Shonda hat ein TV-Show und jeder Mensch in der Welt wollte sie. Ich war in den Klammern und habe mir kaum meine Musik auf dem Boden bekommen. Aber trotzdem, ich bin jetzt der deputlichen Chef der Staffe des Präsidenten der USA. Also das muss für etwas sein. Aber ich glaube, dass die Verpflichtungen nicht mehr viel funktionieren werden. Machen wir Get, machen wir mit Get einen drauf. Hacken, Dingsen, klar, trifft dich. Nein, nein. Ja, komm. Ja, machen wir das. 1.300 Meter. Dann nehmen wir mal, nehmen wir mal so einen Void, ne? Nehmen wir den Chrome Void. Okay, so, alles klar. Dann schauen wir mal, was wir da jetzt für ein Auto bekommen. So, ein bisschen schwerfällig der Gute hier. So, dann einmal ein bisschen Sturzflug. Oh, ähm, ja. Er war voll geplant. Das hatte ich so, das war mein Ziel. Schaffen wir es da drunter durch? Nein, natürlich nicht. Ja, ja, ja. Oh, leck, 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 leck. Ui, ei, ei, ei. Was war das denn, bitte? Das hat jetzt aber keiner mitbekommen, ne? Hm. Da schafft man es also nicht, wenn der Void einmal im Wasser ist, den wieder rauszunehmen. So, dann machen wir mal langsam. Okay. Was ist das? Was zur Hölle? Na gut. Sieht auf jeden Fall nice aus. Alles aus dem Weg. Weg, 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 weg. Sieht doch eigentlich ganz schick aus, doch? Bisschen mehr Farbe wäre vielleicht nicht verkehrt. So in Rot oder so. So, mein... Ah, Mann, ey. Ich bin mir das nicht mehr gewohnt, mit dem Auto zu fahren hier. Aua, aua, aua. Alles mal aus dem Weg, aus dem Weg. Ups. Hat meine Abzweigung verpasst. Kann man ja die Tür zumachen? So, jetzt aber hier. Okay. Na gut. Weg, 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 weg. Alle aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Aua, 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 aua. 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 Nicht der Vergleich, da in der Suppe landen. Ähm. Wie fahre ich denn, ey? Alter Schwede. So, die Saints geben uns ein bisschen Rückendeckung. Dann ist nämlich die Hölle los, da hinten. Aber egal, die Karre ist abgeliefert. Ähm, ja. Das Auto war scheiße. So, können wir hier so ein Taxi nehmen? Ich wollte mal die ganze Zeit schon mal so ein Taxi pinden. So. Es gibt eine Patrolle von Zinn in der Region. Eliminate sie für Queen und Land. Äh, nö. Jetzt nicht. Ich brauche gerade mal einen Rim-Job. Wobei wir eigentlich, wenn wir schon mal hier sind, da sind eh nur noch die beiden Spiele. Dann machen wir die mal eben. Mal eben. Das wird wahrscheinlich ein heillos Durcheinander. So. Wo ist hier... Wo ist hier, wo ist hier der Computer? Äh, ja. Hatta. Na gut. So. Jetzt machen wir aber hier das Spiel. Na komm. Na komm schon. Hier, weg, weg, weg. Ach komm, wir haben ja nicht mal nur mit Waffe ausgerüstet. Äh, ja. Ja, aber nimm mal einer den Lackenzauner weg. Ehrlich. Weg. Boot. Bam. Fick dich. Hurenbock. So. Machen wir mal auf die altbewährte Art und Weise. Einfach mal schwer den Kopf. Wollen wir mal auf die altbewährte Art und Weise. Wo haben wir den nächsten? Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Eine Rundreise. So. Da kannst du dich verstecken unter dem Teil, oder was? Äh, da vorne. Oh. Da haben wir wieder eine Virus-Injection. So. Ach du Scheiße, wir haben kommen noch Munition fürs Gewehr. Na gut, komm her. Ehe ich mich schlagen lasse. Hahaha. Oh, 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 shit, 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 shit. Brauchen wir halt eben ein bisschen Lebensenergie. Ja, schwer. Wie sieht's aus hier? So, das war Welle 1. Tod. Lebensenergie. Sterben. Sterben, check. Oh, hm. Was habt ihr denn? 8 von 10. Ach, was ist mit ihm? Welle 3 von 3. Die 3. So, wir haben die Gesundheit einsammelt hier. Zack. Da müssen wir uns gleich auf jeden Fall einen Rim-Job mal suchen, um... Das sind wir. Verreckt. Äh, um mal so ein Taxi zu pimpen. Ich weiß auch gar nicht, inwiefern man so ein Taxi aufmöbeln kann. Aber da können wir ja jetzt nicht vorbeilaufen hier. Beseitige die Sinntruppen. Beseitige die Sinntruppen. Mach du mal die Arbeit. Wir sitzen auf dem Schiff rum und eiern uns ein. Äh, äh... Fickt euch, ihr feigen, faulen Hunde. Äh, ehrlich. So, die nehmen wir noch mal eben mit. Auch hier wieder. Es wäre fatal, die stehen zu lassen, wenn wir schon so dicht dran vorbeikommen. Ach, umziehen müssten wir uns auch mal wieder. Äh, man, man, man. Ehrlich. Viel zu viel zu tun für einen alleine. Aber unsere Gefährten, die sind ja jederzeit für uns da. Ja, ich weiß, wir könnten einen von denen rufen. Aber ganz ehrlich, am besten wäre es, wenn die komplette Truppe hier einmal durchmarschieren würde. Ja, wenn so sieben, acht Mann hier bewaffnet und mit Superkräften. Dazu noch unsere virtuelle Bande, die Saints. So, 200 Meter. Wann haben wir denn da wieder in Unruheherd? Ich gehe mal auf den Blast. Weil irgendwie... Wir starten mit dem hier. Dann gehen wir noch mal nach oben. Was kann ich sagen? Es ist ein Gift. Hups. Zum, zum, zum. Naja, so wirklich effektiv ist es mit dem Schwert nicht. Also das Schwert schon. Nur ich nicht mit dem Schwert. Aber dann knöpfen wir uns mal eben. Die Sinjek-Statue vor, die hier irgendwo sein soll. Hat sie jemand gesehen? Da. Oh, leck mich. Oh. Was? X-Towns? Ach so. Ja. Yeah. Was sollen wir jetzt machen? Triff dich mit Asha. Okay. Aber heute nicht. Heute gehen wir... Wo sind wir denn gerade? Ach, da. Oh, ne. Oh, ne. Müssten wir ja eigentlich machen. Aber ich hab da irgendwie jetzt gerade gar keine Lust zu. Ähm. Gut. Mit Asha müssen wir uns auch treffen. Outfrit. Äh, Outfrit. Kennst du Outfrit? Gehorche, bla, installiere, bla, entführe das Auto, bla, beeiligt das System. Ja, komm. Kannst mich mal, ehrlich. Ist ja nicht so weit. Virus has helped destabilize the simulation. I found an insert pathway.